Schön, dass ich dich zum heutigen Video begrüßen darf. In diesem Video geht es einmal kurz und knapp über chronische Schmerzen. Chronische Schmerzen betreffen viele Menschen leider in Deutschland und heute geht es darum, mit welchem einfachen Trick du positiven Einfluss auf deinen Schmerz nehmen kannst. An dieser Stelle möchte ich einmal dir so ein bisschen Input geben, dir ein, zwei Ideen einfach mit an die Hand geben. Und zwar zunächst möchte ich dich einmal dazu motivieren, dass du dein Glück nicht alleine in die fremden Hände eines Therapeuten legst. Und ja, damit möchte ich gar nicht die Arbeit eines Physiotherapeuten oder Osteopathen kleinreden. Ich meine, das ist ja selber meine tägliche Arbeit und da stehe ich zu. Jedoch ist es ganz wichtig zu verstehen, dass du nicht in einer Ohnmachtssituation bist, wo du auf die Hilfe anderer angewiesen bist. Sondern es gibt viele Dinge, wie du selber deinen Körper, deine Kraft, dein Schmerzempfinden, all das positiv beeinflussen kannst. Mit einfachen Tricks. Und einer dieser Tricks, und das zeigen mittlerweile aktuelle Studien sehr eindrucksvoll, ist ein ganz simples, nicht allzu anstrengendes, moderates Ausdauertraining. Was ist damit genau gemeint? Studien haben gezeigt, dass wenn man zweimal die Woche moderat seine Ausdauer trainiert, und das kann schon in Form eines leichten Walking-Programms sein, und das muss keine zwei Stunden sein, da reichen schon 20 bis 40 Minuten, zweimal die Woche moderat walken, Das kann schon einen sehr positiven Einfluss auf dein Schmerzempfinden haben. Und damit ist nicht gemeint, dass es um dein Schmerzempfinden im Beinbereich gehen muss, nur weil du jetzt walken gehst und in Bewegung bist, sondern dieses Ausdauertraining hat einen positiven Effekt für dein allgemeines Schmerzempfinden. Das heißt auch, wenn du Nackenschmerzpatient bist, chronisch, über 10 Jahre, immer wieder Nackenschmerzen. Und ich sag mal so, die Physiotherapie, die schafft es vielleicht, deine Schmerzen, die vorher auf einer Skala von 1 bis 10 immer bei einer 6 waren, dauerhaft auf 3 oder 4 runterzudrücken. In solchen Fällen kann zweimal die Woche 20 Minuten moderates Ausdauertraining das Ganze noch weiter runterdrücken. Und ich bin ganz ehrlich, was gibt es Schöneres, als dafür selber die Eigeninitiative entwickeln zu können? Das heißt, wir haben natürlich jetzt das Thema Schmerz besprochen, du würdest aber mit einem solchen Training ganz viele andere positive gesundheitliche Aspekte ebenso günstig beeinflussen. Zum Beispiel dein Schlaf oder deine Laune, es hat ja auch einen Einfluss auf psychische Aspekte unseres Lebens. und 20 Minuten zweimal in der Woche. Rechne mal hoch, 24 Stunden hat der Tag, 7 Tage die Woche. Das ist ein Bruchteil deiner Woche. Das ist Zeit, die jeder von uns finden kann. Keine Ausreden erlaubt. Ich möchte dich mit diesem Video ermutigen und motivieren, in diese Kerbe einfach mal einzuschlagen, dich selber dazu zu committen, dir zu sagen, dir vielleicht ein Post-it an die Tür zu kleben und dir zu sagen, hey, das mache ich jetzt einfach mal, das probiere ich jetzt mal aus. Ich gebe dem Ganzen auch ein bisschen Zeit. Wenn du lieber Fahrrad fährst, dann 20 Minuten moderates Fahrradfahrt-Training. Wichtig ist, verwechsel das nicht mit dem Weg zur Arbeit oder ähnlichen Bewegungen. Das ist noch kein Ausdauertraining. Wichtig ist, kontinuierlich die gleiche, moderate Bewegung zu machen, ohne Unterbrechungen und mit dem Kopf auch dabei zu sein. Ich hoffe, dass ich dich mit diesem Video ein wenig motivieren konnte. Falls du weitere Fragen hast, dann stell mir diese gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder. Bis dahin.